Dicke, das ist so ein ungünstiger Moment mit der Musik. So ein ungünstiger Moment mit dieser Drecksmusik, Dicke. Mein erstes Tor? Sein erstes Tor. Gut, 1-1 bisher. Mein zweites Tor? Geil. 2-1 für mich. Sein zweites Tor? Dicke. 2-2. Okay. Sein drittes Tor? Brr. Brr. Ey, zweimal den Ball geschenkt. Ball geschenkt. Geil. Auch ein Bruno-Tor. Das Tor an sich ist nicht schlimm, aber wie es dazu gekommen ist, ist schlimm. Da habe ich Ball geschenkt bekommen, weil komische Andings. Tor. Okay, sagen wir ausgeglichen ein bisschen. Sein letztes Tor? War das das letzte? Dicke. Direkt genau auf seine Füße. Was ist das für ein letztes Tor? Es geht um meinen Rang. Letztes Spiel vor mir. Es steht 3-3. Das ist das entscheidende Tor. Er schießt mich ab. Kriegt den Ball vor die Füße und nimmt... Egal, nicht drüben. Guck mal, deswegen feiere ich es auch nicht, Chad, dass man direkt die Rewards bekommt. Warum? Ey, ich habe gar keinen Bock, die Rewards zu öffnen. Ich habe jetzt gar keinen Bock, meine Rewards. Ich kriege direkt meine Rewards. Korrekt. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann.